Hey mal zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project. Ja, beim letzten Mal wollten wir uns diesen beiden Türen widmen und dieses Mal werde ich das tun. Ich habe schnell gespeichert, ja. Und jetzt habe ich ein komisches Geräusch gehört und weiß nicht, was hier hinter ist. Offensichtlich irgendein Zimmer, das irgendwie ziemlich hell ist, aber ich nicht dunkel machen kann. Sehr schön. So, like we once were, all these who now inhibit this land, they are the crystals that shall be given, bla bla bla. Und so weiter. Alles Sachen, die wir schon gesehen, gelesen haben. Hier ist, glaube ich, was zum holen. Äh, ein Rope Arrow. Super. Bringt uns das irgendwas? Nein, es bringt uns gar nichts. Sehr schön. Ähm... Wartet kurz. Irgendwas muss hier doch noch sein. Ist aber nicht. Hm. Oh, die Tür hat ich wieder zugemacht. Joa. Dann... Gucke ich mal. Kann ich ja theoretisch eigentlich auch schon wieder hier raus? Wenn... Ich denn wüsste wie. Jetzt habe ich mich natürlich wieder total gefranst. Kennt man ja eigentlich nicht anders von mir. Ähm... Gibt's hier noch irgendwas? Ne, hier war ich schon, ne? Ja, hier habe ich mich schon umgeschaut. Gibt nichts mehr zu holen hier. Weiter runter ging's, glaube ich, auch nicht. Dementsprechend muss ich jetzt wieder nach oben. Ah, hier ist noch eine Tür. Eine verschlossene Tür. Die uns aber nicht aufhalten wird. Bingo. So. Das sieht doch aus, als könnte uns hier noch ein bisschen was erwarten. Hier sind noch Türen. Einmal kurz speichern. Ah, sehr schön. Das sieht nach Beute aus. Einmal kurz auf die Tische draufhupfen. Und nochmal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Nein? Okay. Sehr gut. Halt! Oh! Hi, war schon. Hau! Hau! Sorry, mein Freund. Ich wusste nicht, dass du hier rumhupfst. Ich habe mich schon gewundert, warum die Tür auf einmal wieder zu ging, obwohl ich sie eigentlich aufgemacht habe. Yay! Zumindest ist er nicht weit gekommen. Ah, jetzt bin ich hier unten, okay? Also das da vorne müsste, glaube ich, der Haupteingang sein. Und hier... Komme ich, glaube ich, her. Oder? War ich hier schon mal? Kommen wir hier noch. Äh... Oh, oh Mist. Kleinen Moment. Okay. Das Bild hat gerade ein bisschen gesponnen. Sorry dafür. Äh... Scroll. Notice to all Servants and Guards. Herein let it be known that the four towers of Magekeeper's Sacrosanct... Whatever. Those have limits to the commons. Also im Prinzip steht hier, dass es jedem verboten ist, die Magier-Türme zu betreten. Schön. Freut mich. So kann ich mich in Ruhe umschauen. Für Hügel. Beziehungsweise den Magier-Turm, glaube ich. Also hier den hier. Einfach mal alle Türen aufmachen hier. Vielleicht findet sich ja noch was Sinnvolles. Und ich werde nie wieder zurückfinden. Ich sehe es schon kommen. Hier bin ich wieder in dem Treppenhaus. Ich würde aber ganz gerne nochmal gucken, was hier zu finden ist. Das sieht nämlich aus wie so ein... Lager. Aber offensichtlich ist hier nichts Spannendes zu finden. Nope. Nichts von Interesse. So theoretisch. Könnte ich dann jetzt wieder hier hoch gehen. Erstmal speichern. Und mich wieder dem eigentlichen Ziel meiner Mission widmen. Nämlich den Talisman zu holen. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wo ich dann jetzt... Mein Gott, habe ich hier aufgeräumt. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ah ja, hier. Ich weiß noch, dass ich hier total ziellos rumgeirrt bin, weil ich nichts gesehen habe. Das ist aber auch schlimm gewesen. Hier war wirklich alles komplett schwarz. Okay. Jetzt funktioniert es aber. Und jetzt hole ich mir diesen verkackten Talisman... ...Fackel aus, verdammt. Und... So. Noch ein letztes Mal speichern, bevor ich hier hingehe. Denn... Das funktioniert nicht, weil Schlüssel. Hm. Ach ja, hier. Hm. Ach ja, hier. Okay, ich packe mir hier einen Moospfeil hin. Und ich glaube, da vorne kann ich einigermaßen sicher stehen. Ich hoffe, da ist eine dunkle Stelle. Hm. Hm. Hm, aber... Ja, einer der beiden ist wohl ein Schüler nur, sozusagen. sagen. Okay, jetzt versuche ich mal, hier rüber zu gehen. Ja, hier ist dunkel, sehr schön. Ich mach mal eben die Tür zu. So, jetzt heißt es ja... Oh Gott, ich hoffe, der sieht mich nicht. Jetzt heißt es ja eigentlich... Okay. Offensichtlich konnte ich den jetzt nicht ausschalten, scheiß drauf. Normalerweise heißt es ja jetzt, dass man hier... So, ich versteck mich jetzt hier in der Ecke. Dass man hier quasi... Habe ich diese Rolle noch? Kann ich das noch nachlesen? Hier, ne? Eight old men up in the tower. Damit sind diese Talismane hier gemein, weil es gibt acht Stück davon. Eight old men, only one with power. Bedeutet, so viel wie nur einer ist der echte. Turn away from the hand with the sword. Sword, nicht sword. Okay, wenn ich jetzt das Schwert in die Hand nehme, hält Gerrit es in der rechten Hand. Das heißt, turn away from the hand. Ich müsste quasi nach links gehen. Und count seven and find your reward. Das heißt quasi, wenn ich links entlang gehe, siebente der Talismane ist der richtige. Der siebente wäre aber dieser da, soweit ich weiß. Oder dieser. Auf jeden Fall der falsche. Und wenn ich den falschen anhitte, beziehungsweise den falschen nehmen möchte, dann tut mir das ziemlich weh. Dementsprechend werde ich jetzt kurz warten, denn es gibt einen kleinen Trick, wie man herausfinden kann, welcher der echte ist. Denn einer dieser Zauberer, oder beide, bleiben an einem dieser Talismane kurz stehen. Und schauen sich den genauer an. Und dann weiß ich, dass dieser da vorne, der ist, den ich brauche. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da hinkomme, ohne dass die mich bemerken. Ich gucke mal, der läuft in die Richtung weiter. Der kommt hier gerade an. Das heißt, ich kann versuchen. Es ist zu laut. Es ist zu laut. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwie mit Moospfeilen arbeite. Oder, dass ich ganz leise versuche zu laufen. Ich gucke mal, ob es klappt. Nein, das funktioniert offensichtlich nicht. Okay, er sieht mich nicht mehr. Äh, ja. Ist nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich hab, ich, sorry, dass ich gerade so still bin, aber ich hab echt Schiss, dass die mich jetzt gerade entdecken. Und sie werden mich entdecken. Tausendprozentig entdecken die mich jetzt. Oder auch nicht. Ich hab leider nur noch drei Moospfeile. Ich muss mal versuchen, mir den Weg bis dahin so ein bisschen auszupolstern hier. Oh, es war ein bisschen sehr weit. So. Jetzt ich mir hier quasi den Weg zu dem Talisman. Gepolstert. Muss ich nur gucken. Das Problem ist, dass sie mich jetzt natürlich sehen würden, wenn ich jetzt in diesen Lichtkegel reingehe. Ich muss leider noch ein kleines bisschen warten. Bis die hier von mir abgelassen haben. Das kann sich natürlich noch eine Weile hinziehen jetzt. Ich würde hier gerne einfach nur ausschalten. Das ist aber irgendwie wahnsinnig schwer. Ja gut, lauft weiter in die Richtung. Und ob ich das kann. Okay. Also sie haben jetzt von mir abgelassen. Interessieren sich offensichtlich nicht mehr so sehr für mich. Und wenn die jetzt weiterlaufen in die Richtung, die laufen ja jetzt offensichtlich dann auch beide in dieselbe Richtung, dann kann ich mir endlich den Talisman holen. Okay. Okay. Oh, da haben sie mich schon entdeckt. Jetzt ist mir das aber egal, weil jetzt kann ich einfach abhauen. Jetzt muss ich nur noch aus diesem Turm wieder raus. Heißt, durch den Haupteingang. Theoretisch habe ich den Haupteingang ja sogar schon gefunden. So. Muss ich nur gucken, dass ich den auch wiederfinde. Also ich weiß, dass ich in der Bibliothek den Haupteingang schon gefunden hatte. So. Einmal hier hin. Dann muss ich jetzt nur quasi die Etage der Bibliothek wiederfinden. Kurz war das hier. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich gucke mal. Noch einen weiter runter. Probably. Ah ja, hier ist offen. Das sieht doch gut aus. Ja, 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 doch. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Doch, hier. Da. Hier haben wir tatsächlich den Haupteingang. Fallin, fallin. Und Mission abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Ihr habt es mit einem sehr schlauen Diari zu tun. Ich habe mich gerade gewundert, warum sich hier diese Mission nicht beendet. Aber das Problem ist, der letzte Objective ist Escape from the Mage Towers. Das heißt, fliehen. Aber das ist gar nicht der richtige Ausgang, weil da komme ich ja überhaupt nicht raus. Sondern ich muss durch die Kanalisation raus. Und muss jetzt erstmal überlegen, wo die überhaupt ist. Wahaha. Ich gehe mal davon aus, dass die relativ weit unten ist. Deswegen gehe ich jetzt mal hier längs. So. Zack, zack, zack. Hier bin ich aber im Erdturm. Oder? Bin ich nicht im Erdturm? Ich meine, ich bin hier im Erdturm. Ich will es nicht, ich will es nicht. Alles verschlossene Türen. Hier war ich hier schon? Ich weiß nicht, offensichtlich war ich hier noch nicht. Ist das der... Nee. Wartet kurz. Ich schaffe das. Ich habe das. Wow. Yay. Schlauer Mensch bin ich. Wirklich. Puh. Okay. Jetzt habe ich mich schon ein bisschen geschrocken. Dann muss ich ja doch zugeben, was das Broathead-Gedöns ist. Na, schaut mal an. Hier findet man doch tatsächlich noch jede Menge was zum Mitnehmen. Das heißt, hier war ich tatsächlich noch nicht. Wasserfall. Heißt auch, Dass hier unten tatsächlich der Ausgang sein könnte. What the fuck? Aha. Chemielabor. Ja, ja. Die geheimen Experimente der Magier. Oh Gott. Holy shit. Oh Gott, ich will nichts damit zu tun haben. I can finally get back to work. My apologies. Whatever. Das mit dem Durchlesen ist immer so ein bisschen schwierig, weil alles auf Englisch ist. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. Ich habe 2380 Gold. Was geht? Reiche Boys, diese Magier. Die haben richtig Knete, die Kerle. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz nochmal schnell speichern hier. Bevor mir jetzt gleich was passiert. Oh. Aha. Da schau mal einer an. Hier habe ich noch einen Geheimgang entdeckt. Gisten. Da kann ich noch was mitnehmen. Die Bottle will ich nicht. Water Arrow. Und nochmal Gold. 2.200 Gold, Leute. Das ist doch Wahnsinn. Okay, jetzt müsste ich noch einmal schnell speichern, bitte. Jetzt mache ich mir hier so ein bisschen dunkler. Nur für den Fall, dass dieser Kerl nochmal vorbeikommen sollte. Da vorne ist er nämlich auch schon. Oder? Habe ich den? Bin ich jetzt blöd? Hat da auch jemanden gesehen? Da, sieht er. Ich wusste doch, ich habe ihn gesehen. Bitte nicht zurückkommen, bitte nicht zurückkommen. Oh, knapp daneben. So. Einmal kurz in einer Ecke verstecken. Ich glaube, das wird eine relativ lange Folge, aber ich wollte gerne diese Mission hier in dieser Folge abschließen. Ansonsten cutte ich das Ganze einfach nochmal ganz kurz. Und mache das quasi als zwei Folgen. Habe ich halt einmal nicht Schüss gesagt. Ist halt blöd, aber... So, die Wasserfalle kann ich eh nicht mit in die nächste Mission nehmen. Deswegen mache ich hier jetzt mal richtig schön dunkel. Und nicht, dass mir jetzt wieder einer entgegenkommt quasi. Da haben wir den Schlüssel. Okay. War ich hier schon? Oh, Gott. Gibt es angeblich keinen Schmerz. Das ist sehr gut zu wissen. Ich nehme mal an, das... Das ist auch das Einzige, womit man die ganzen Kram hier aushalten kann, den die Magier mit einem fabrizieren. Ich weiß ja nicht, ob die ihre eigenen Kommilitonen hier auf die Streckbänke packen. Ich müsste aber trotzdem immer noch die Kanalisation finden. Das wäre dementsprechend nicht das Schlechteste, wenn ich jetzt hier irgendwie einen Ausweg finden würde. Der Kollege hängt an seinen eigenen Instrumenten fest hier. Hey, du! Yo, hi! Hilfe! Hilfe! Blöd. Ganz blöd. No, jetzt hänge ich selber an den Scheiß fest hier. Okay, okay. Hey, war schon. Mach keinen Scheiß! Mach keinen Scheiß! Er macht aber Scheiß. Warum zum Henker treffe ich den nicht? Bin ich blöd? Du bist ein Arsch, weißt du das? Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Hat doch super geklappt. Ich weiß gar nicht, was sie wollte. Okay, ich versuche das anders. Habe ich noch Feuerpfeile? Ich habe noch zwei Feuerpfeile. Ich glaube nicht, dass ich die noch für irgendwas brauche, deshalb... Werde ich mich mal hier rüberbegeben. Noch sieht er mich nicht. Aber ich glaube, sobald ich die Feuerpfeile ausrüste, müsste er mich sehen. Dementsprechend mache ich das jetzt folgendermaßen. Headshot ins Bein. Sehr gut. Hier haben wir noch einen Geheimgang. Sehr schön. Ich glaube, das ist der, den ich brauche. Sieht zumindest sehr gut aus. Jawohl. Ich habe die Kanalisation gefunden. Und kann jetzt dementsprechend... Oh! Oh, Schwein gehabt. Dieses Spiel auch beenden. Beziehungsweise diesen Part. Ach, der Fraggle da interessiert mich eigentlich nicht mehr, aber weil wir gerade so schön dabei sind. Oh, das waren sogar ein... Kann ich jetzt einfach raus? Ja, ne? Okay, hier werde ich jetzt auf jeden Fall das Spiel beenden. Ach Quatsch, das Spiel beenden, den Part beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Bis dahin. Ciao! 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 Huh? Hmm, this looks like the way out. Yup. That'll come in useful.